Felix, der seit dem 6.01.2006 Seit dem 6.01.2006 wird Felix vermisst, der seinerzeit knapp drei Jahre alt war, mit seinem damals 39-jährigen Vater unterwegs war. Der Vater wurde am 26.02.2006 tot in einem Waldstück aufgefunden. Von Felix fehlt jedoch bis heute jede Spur. Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Weitere Infos im Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017